Hallo ihr Lieben, ich möchte heute mal so etwas Privates mit euch teilen. Vielleicht habt ihr gemerkt, ich habe in letzter Zeit nicht so viele Videos mit dieser Art kreiert, weil ich einfach keine Lust hatte. Und ich hatte keine Lust, weil vor ein paar Wochen mein Vater verstorben ist und ich mir wirklich erlaubt habe, das mal so richtig zu verarbeiten und einfach nur mal zu fühlen und zu sehen, was da so hochkommt und wo mit der ganzen Liebe hinzugehen. So, das wäre der Grund, warum ich nicht so viele Videos kreiert habe in den letzten Wochen. Aber, jetzt möchte ich gern ein Wunder mit euch teilen. Ich habe schon so viele Wunder in meinem Leben erlebt, aber dieses finde ich schön, weil ich hoffe, dass es einigen von euch wirklich hilft zu verstehen, wie sehr wir miteinander verbunden sind, auch wenn jemand verstirbt und auf der anderen Seite des Vorhangs ist. Also, es ist April, wo ich hier lebe und ich lebe in den Hohen Bergen, irgendwo in Amerika. Es ist noch ziemlich kalt, zumindest nachts. Und ich liebe es, hier zu leben, weil es einfach so viele tolle Tiere gibt hier. Es ist wirklich ein Traum für mich, hier zu leben. Und vor ein paar Tagen war es schön sonnig und warm und ich saß mit meinem Hund draußen auf der Terrasse und habe meine Akasha-Chronik geöffnet. Ich habe meine Fragen gestellt und mich mit denen unterhalten und ganz tolle Antworten bekommen. Und am Ende von meinen Fragen, da stelle ich immer die gleiche Frage. Und die Frage ist, wie geht es meinem Papa? Ist alles in Ordnung? Spürt er die Liebe? Und diesmal habe ich hinzugefügt, Papa, schick mir doch mal bitte ein Zeichen, wenn du mich hörst, wenn du mit mir sprichst. Und ich verspreche euch, das ist nicht erfunden. Drei Sekunden später kommt ein Kolibri geflogen und stoppt genau vor meinem Gesicht und schaut mich an und verschwindet wieder. Ich habe schon erwähnt, es ist erst Anfang April und ich lebe hoch in den Bergen in Amerika. Da kommen keine Kolibris im April. Die kommen Mitte bis Ende Mai. Also es war total ungewöhnlich. Ich habe mich so gefreut und so berührt gefühlt. Das ist für mich ein wahres Wunder. Und dann habe ich natürlich sofort auch mal in der Küche Zuckerwasser gekocht, damit der eine Kolibri irgendwas zu futtern hat, wenn er nochmal kommt, weil im Moment sind auch keine Blumen bei uns draußen. Aber ich habe den Kolibri nicht mehr gesehen. Ich möchte mit dieser kleinen privaten Geschichte euch zeigen, dass ihr total verbunden seid mit der Energie auf der anderen Seite dieses unsichtbaren Vorhangs. Bitte fühlt euch niemals allein. Bitte schickt einfach Liebe hin, wo immer ihr sie hinschicken möchtet, zu verstorbenen Menschen oder auch Tieren. Und bitte, 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 fühlt euch immer verbunden und geliebt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Namaste. Für weitere Videos, hilfreiche Informationen und auch Meditationen, geh doch bitte zu meiner Webseite www.gabrieleohr.com 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 www.gabrieleohr.com